Um Schülerpasswörter zu ändern, muss man sich bei, hier ist der Stift, bei Mebis natürlich erstmal einloggen. Und dann als zweites hier oben auf, als erster Schritt, wenn man sich eingeloggt hat, auf Verwaltung klicken. Möchte man nur einen einzigen Schüler ein neues Passwort geben, kann man hier den Namen des Schülers eingeben und auf Suche klicken. Aber häufig gibt es sieben Kinder einer Klasse, die das Passwort vergessen haben. Es funktioniert leider nicht, also als Admin geht es, dass man hier die Klasse 9c eingibt, um alle Schüler der Klasse 9c zu finden. Wenn das nicht geht, zeige ich den Trick und zwar klickt man hier auf sämtliche, da bin ich, auf sämtliche Schüler. Ja, auf dieses Suchen gehen. Dann habe ich hier sämtliche Schüler. Ich unbedingt so nach unten scrollen, wir wollen nämlich wirklich alle sehen. Also an der Stelle, also erstmal hier hinklicken und dann auf alle Schüler klicken. Dann hat man auf einer Seite 800 Schüler, also in unserem Fall. Und danach wieder nach oben schauen. Also jetzt habe ich 800 Schüler, alle auf einer Seite. Und ich klicke jetzt auf die Sortierung nach Klassen. Das ist eigentlich so alphabetisch nach Namen sortiert und jetzt will ich nach Klassen sortieren. Und dann kann ich meine Klasse 9c suchen, die habe ich jetzt gefunden. Also alle 9 Zähler sind hier auf einem Bereich und dann setze ich den Haken bei allen, die schon wieder mal ihr Mebis-Passwort vergessen haben. Gehe danach wieder nach oben. Und wenn ich hier oben bin, also Account-Brief erstellen und gerade wenn es viele sind, klicke ich immer auf PDF-Export-Liste. Sonst hätte ich ja 20 Briefe. Das möchte ich nicht. Mebis fragt, ob ich wirklich will. Ja, ich will. Ich möchte das wirklich machen. Die alten Passwörter sind gelöscht. Dann klicke ich auf die PDF-Datei und bekomme als Ergebnis die Möglichkeit, eben hier Datei speichern, eine PDF zu speichern mit sämtlichen neuen Zugangsdaten-Passwörtern. Und das war's schon.